Als sie den Dachboden ausgemessen hatten, mussten sie sich einen Bleistift zum Addieren besorgen. Zuerst kam jeder auf eine andere Summe, und ich bin nicht so sicher, dass ihre Rechnung stimmte, selbst als beide zum gleichen Ergebnis kamen. Sie hatten es eilig, ihre Expedition in Angriff zu nehmen. Wir müssen uns ganz mucksmäuschenstill verhalten, befahl Polly, als sie bei der Zisterne wieder in den dunklen Gang krochen. Weil es eine so wichtige Sache war, holte sich jeder von ihnen eine Kerze aus Pollys Vorrat in der Schmugglerhöhle. Es war sehr dunkel und staubig in dem Gang, und es zog gewaltig. Schweigend stiegen sie von Balken zu Balken, und nur ab und zu flüsterten sie, jetzt müssen wir auf gleicher Höhe mit eurem Dachboden sein, oder jetzt haben wir etwa die Hälfte unseres Hauses hinter uns. Keiner stolperte, die Kerzen gingen nicht aus, und schließlich kamen sie zu einer Stelle, wo rechts in der Backsteinmauer eine Tür lag. Eine Klinke gab es nicht, aber einen Riegel, so wie manchmal innen an den Schranktüren. »Soll ich?«, flüsterte Diggory. »Wenn du dabei bist, dann bin ich auch dabei«, flüsterte Polly. Beide spürten, dass es jetzt ausgesprochen ernst wurde. Aber keiner von beiden wollte einen Rückzieher machen. Diggory schob mühsam den Riegel zurück, und die Tür öffnete sich. Sie mussten blinzeln, weil es plötzlich so hell wurde. Dann entdeckten sie zu ihrem großen Entsetzen, dass das keine leere Dachkammer war, sondern ein voll eingerichtetes Zimmer. Offensichtlich war keiner da. Alles war totenstill. Polly's Neugier siegte schließlich. Sie blies ihre Kerze aus und schlich mucksmäuschenstill in das Zimmer hinein. Vom Baulichen her sah der Raum natürlich aus wie eine Dachkammer, doch war er wie ein Wohnzimmer eingerichtet. An den Wänden standen überall Regale voll mit Büchern. Im Kamin prasselte ein Feuer. Der Sommer war wirklich scheußlich in diesem Jahr. Davor stand ein Sessel, dessen hohe Rückenlehne in ihrer Richtung zeigte. Zwischen dem Sessel und Polly stand ein riesiger Tisch. Er war vollgehäuft mit allen möglichen Sachen. Da gab es Bücher, nicht nur solche zum Lesen, sondern auch solche, in die man etwas schreiben kann. Tintenfässer, Federhalter, Siegelwachs und ein Mikroskop. Aber was Polly als allererstes auffiel, war ein leuchtend rotes, hölzernes Tablett mit einigen Ringen darauf. Jeweils ein gelber und ein grüner Ring lagen zusammen. Zwei Paare. Von der Größe her waren sie völlig normal, aber sie funkelten so, dass man einfach hingucken musste. Sie schimmerten und schillerten und waren so wunderschön, dass es kaum zu glauben war. Im Zimmer war es so still, dass man das Ticken der Uhr hörte. Doch nach einem Weilchen war da noch ein anderes Geräusch zu hören. Ein leises, ganz hauchzartes Summen. Staubsauger gab es damals noch keine. Sonst hätte Polly sicher gedacht, irgendwo weit weg sei einer im Betrieb. Ein paar Zimmer weiter, ein paar Stockwerke tiefer. Aber eigentlich war es ein schöneres Geräusch als das Summen eines Staubsaugers. Musikalischer war es. Und so leise, dass man es kaum hören konnte. Alles klar, hier ist keiner, sagte Polly über die Schulter hinweg zu Diggory. Jetzt redete sie schon ein wenig lauter. Diggory trat blinzelnd und ausgesprochen schmutzig ein. Aber nicht nur er war schmutzig. Polly sah nicht viel anders aus. Irgendwas stimmt hier nicht, sagte Diggory. Das Haus steht gar nicht leer. Wir sollten lieber verduften, bevor uns einer erwischt. Was meinst du, was das ist? Fragte Polly und deutete auf die bunten Ringe. Ach, komm schon, drängte Diggory. Je früher... Er kam nicht mehr dazu, seinen Satz zu beenden. Denn in diesem Moment bewegte sich plötzlich der hohe Sessel vor dem Kamin und die furchteinflößende Gestalt Onkel Andrews tauchte daraus hervor. Gerade so, wie wenn in einem Puppenspiel ein Dämon durch eine verborgene Tür erscheint. Sie waren überhaupt nicht in dem leerstehenden Gebäude. Sie waren in Diggory's Haus gelandet. Und zwar in dem geheimen Arbeitszimmer des Onkels. Beide Kinder stießen einen Schrei aus, als ihnen klar wurde, dass sie sich geirrt hatten. Sie wussten alle beide, dass sie sich eigentlich darüber hätten im Klaren sein müssen, dass sie noch längst nicht weit genug gegangen waren. Onkel Andrew war sehr groß und mager. Er hatte ein langes, glatt rasiertes Gesicht mit einer sehr spitzen Nase und funkelnden Augen, gekrönt von einem wirren, grauen Haarbusch. Diggory war sprachlos, denn Onkel Andrew sah tausendmal unheimlicher aus als jemals zuvor. Polly hatte noch keine so große Angst, was sich allerdings bald ändern sollte. Denn als allererstes ging Onkel Andrew zur Tür und drehte den Schlüssel um. Dann wandte er sich zu den Kindern, starrte sie durchdringend an und lächelte, dass alle Zähne blitzten. »So«, sagte er, »diesmal kann mir deine idiotische Tante nicht in die Quere kommen.« Er benahm sich total anders als die Erwachsenen sonst. Polly schlug das Herz bis zum Hals. Gemeinsam wichen sie zurück zu der kleinen Tür, durch die sie eben hereingekommen waren. Doch Onkel Andrew war schneller. Er ging an ihnen vorbei, schloss auch diese Tür und baute sich davor auf. Dann rieb er sich die Hände und ließ die Gelenke knacken. Er hatte vollkommen weiße Hände mit sehr langen Fingern. »Ich bin entzückt über euren Besuch«, sagte er, »gerade, was ich brauche. Zwei Kinder.« »Bitte, Mr. Katterley«, sagte Polly, »es ist fast Mittag und ich muss heim zum Essen. Würden Sie uns bitte rauslassen?« »Noch nicht. Diese gute Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich wollte zwei Kinder. Ich stecke nämlich mitten in einem bedeutsamen Experiment. Mit dem Meerschweinchen schien es zu funktionieren, aber ein Meerschweinchen kann ja nichts erzählen. Und erklären, wie es wieder zurückfindet, das kann man ihm auch nicht.« »Hör mal, Onkel Andrew«, sagte Diggory, »jetzt ist wirklich Zeit zum Mittagessen. Man wird gleich nach uns suchen. Du musst uns gehen lassen.« »Muss ich?«, fragte Onkel Andrew. Diggory und Polly warfen sich einen Blick zu. Sie wagten es nicht, etwas zu sagen, doch ihr Blick hieß, »Wie schrecklich.« »Und wir müssen ihn unbedingt bei guter Laune halten.« »Wenn Sie uns jetzt essen gehen lassen, können wir ja anschließend wiederkommen,« schlug Polly vor. »Woher soll ich wissen, ob ihr dann wiederkommt?« Onkel Andrew lächelte verschlagen. Doch dann schien er sich anders zu besinnen. »Tja«, meinte er, »wenn ihr absolut gehen müsst, dann muss ich euch eben gehen lassen. Ich kann nicht erwarten, dass ihr Freude daran habt, mit so einem alten Esel wie mir zu reden.« Er seufzte und fuhr dann fort. »Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie einsam ich manchmal bin, aber das macht nichts. Geht essen. Doch zuvor muss ich euch noch ein Geschenk machen. Es passiert ja schließlich nicht alle Tage, dass mich ein kleines Mädchen hier in meinem schäbigen Arbeitszimmer besucht und erst recht keine so hübsche Dame wie du.« Polly bekam langsam den Eindruck, Diggory's Onkel sei vielleicht doch nicht übergeschnappt. »Hättest du gerne einen Ring, mein Schätzchen?«, fragte Onkel Andrew. »So einen gelben oder so einen grünen?«, erkundigte sich Polly. »Wie schön!« »Die grünen kann ich leider nicht weggeben,« entgegnete Onkel Andrew. »Aber von den gelben schenke ich dir gerne einen. Komm her und probier einen an.« Polly hatte jetzt fast gar keine Angst mehr. Außerdem war sie inzwischen ganz sicher, dass der alte Herr nicht übergeschnappt sein konnte. Und eigenartigerweise besaßen die funkelnden Ringe eine starke Anziehungskraft. Sie ging näher. »Oh!«, rief sie. »Hier wird das Summen lauter. Mir scheint fast, als wären es die Ringe, die das Geräusch machen.« »Das bildest du dir nur ein, mein Schätzchen!«, widersprach Onkel Andrew und lachte. Sein Lachen klang ganz natürlich. Aber Diggory hatte gesehen, dass in seinem Gesicht Ungeduld lag. Oder fast so etwas wie Gier. »Polly, du spinnst!«, rief er. »Rühr sie nicht an!« Doch es war zu spät. In diesem Moment streckte Polly die Hand aus und berührte einen gelben Ring. Und auf der Stelle, geräuschlos und ohne jegliche Warnung, war Polly weg. Diggory und sein Onkel waren ganz allein im Zimmer. Diggory und sein Onkel Das Ganze ging so schnell, dass Diggory einen Schrei ausstieß. So etwas Grässliches hatte er noch nie erlebt, nicht einmal in seinen schlimmsten Albträumen. Doch Onkel Andrew hielt ihm sofort die Hand vor den Mund. »Ruhe!«, zischte er Diggory ins Ohr. »Wenn du schreist, dann hört dich deine Mutter. Und du weißt ja, was passieren kann, wenn sie sich aufregt.« Diggory sagte später, ihm sei fast schlecht geworden bei dieser gemeinen Erpressung. Aber natürlich schrie er kein zweites Mal. »So ist es besser«, sagte Onkel Andrew. »Vielleicht kannst du ja auch gar nichts dafür. Es ist wirklich ein Schock, wenn man das erste Mal sieht, wie einer verschwindet. Selbst ich bin erschrocken, als vor ein paar Tagen das Meerschweinchen plötzlich weg war.« »Ach, das war also der Schrei«, meinte Diggory. »Oh, du hast ihn gehört? Ich hoffe, du hast mir nicht nachspioniert.« »Nein, habe ich nicht«, entgegnete Diggory empört. »Aber was ist mit Polly passiert?« »Du darfst mir gratulieren, mein Junge«, sagte Onkel Andrew und rieb sich die Hände. »Mein Experiment ist geglückt. Das kleine Mädchen ist weg. Ganz und gar verschwunden aus dieser Welt.« »Was hast du mit ihr gemacht?« »Ich habe sie, tja, ich habe sie an einen anderen Ort geschickt.« »Was meinst du damit?« Onkel Andrew setzte sich und sagte, »Nun, ich werde dir alles erklären. Hast du jemals von der alten Mrs. Le Fay gehört?« »War das nicht eine Großtante?«, fragte Diggory. »Nicht ganz«, antwortete Onkel Andrew. »Sie war meine Patin. Das ist sie, dort an der Wand.« Diggory schaute auf. Da hing ein vergilbtes Porträtfoto einer Frau. Jetzt fiel ihm wieder ein, dass er in einer Schublade zu Hause auf dem Land schon einmal ein Foto dieser Frau entdeckt hatte. Er hatte seine Mutter gefragt, wer das sei, aber es war ihm so vorgekommen, als wolle sie nicht viel über diese Frau sagen. Sie hatte ganz und gar kein nettes Gesicht, fand Diggory, obwohl man das bei den frühen Fotografien ja nicht so recht beurteilen konnte. »War da… war da nicht irgendetwas, was nicht stimmte mit ihr, Onkel Andrew?« »Tja,« antwortete der Onkel kichernd, »das hängt davon ab, was du darunter verstehst. Die Menschen sind schrecklich engstirnig, aber im Alter wurde sie tatsächlich sehr eigenartig, benahm sich sehr unvernünftig. Deshalb hat man sie eingesperrt.« »In die Irrenanstalt?« »Oh nein, nein, nein,« protestierte Onkel Andrew schockiert, »ganz und gar nicht. Nur ins Gefängnis.« »Oh je,« rief Diggory, »was hatte sie denn angestellt?« »Ach, die arme Frau,« klagte Onkel Andrew, »sehr unvernünftige Dinge hat sie angestellt, alles Mögliche, aber darüber brauchen wir nicht zu reden. Zu mir war sie jedenfalls immer sehr nett.« »Aber was hat denn das alles mit Polly zu tun? Ich wollte du alles zu seiner Zeit, mein Junge,« meinte Onkel Andrew. Bevor die alte Mrs. Le Fay starb, hat man sie freigelassen. Und ich war einer der wenigen, den sie noch zu sich ließ, als sie auf dem Sterbebett lag. Normale, unwissende Leute konnte sie nicht mehr ertragen. Mir geht es genauso. Wir beide hatten die gleichen Interessen. Ein paar Tage vor ihrem Tod befahl sie mir, ihr aus dem Geheimfach ihres alten Sekretärs in ihrem Haus eine Schatulle zu bringen. Als ich die Schatulle berührte, spürte ich, an dem Prickeln in den Fingern, dass ich ein großes Geheimnis in den Händen hielt. Mrs. Le Fay nahm mir das Versprechen ab, die Schatulle sofort nach ihrem Tod ungeöffnet und unter Einhaltung gewisser Zeremonien zu verbrennen. Dieses Versprechen habe ich nicht gehalten. »Das war aber doch ziemlich gemein von dir,« meinte Diggory. »Gemein?«, sagte Onkel Andrew. Er sah verwirrt aus. »Oh, ich verstehe. Du meinst, ein kleiner Junge muss seine Versprechen halten. Sehr richtig. So gehört es sich. Davon bin ich überzeugt und ich bin froh, dass man dich so erzogen hat. Aber du musst wissen, dass solche Regeln, wie gut sie für kleine Jungen, für Bedienstete, für Frauen und für die Leute ganz allgemein auch sein mögen, keinesfalls für Wissenschaftler, für große Denker und Weise gültig sein können. Nein, Diggory, Männer wie ich, die im Besitz geheimer Weisheiten sind, unterliegen nicht den gewöhnlichen Gesetzen. Desgleichen sind uns die gewöhnlichen Freuden verschlossen. Unser Los, mein Junge, ist bedeutungsschwer und voller Einsamkeit. Dabei seufzte er und machte ein so ernstes, edles und geheimnisvolles Gesicht, dass Diggory einen Augenblick lang wirklich fand, da habe sein Onkel etwas Schönes gesagt.